hallo und herzlich willkommen zum fordnerberg oder shop video ja natürlich gibt auch mal karte wo ich kein fordnerberg oder shop video machen kann weil ich gar zu viel gekungen habe aber ich versuche jeden shop video zu machen aber funktioniert einfach nicht warum lege ich jetzt noch mal ok es gibt neue schuhe im shop ja man kann jetzt die schuhe kaufen die kann tage anziehen und ja kaum wibach kosten die schuhe naja naja müsst ihr wissen was haben wir hier noch von euch schuhe dann haben wir hier noch hauchschuhe vor das kronach wibach die kosten 8 die kosten kaum wibach und die kosten ok dann haben wir die hauchschuhe von jeskronach wibach und wir haben kostenlogen im mod gucken wir uns das mal an wir haben ein kostenlogen im mod vor null wibach holt euch nicht auf alle fälle ab keine ahnung wie lange verpflichtbar ist ruhig ging ab mache ich jetzt auch und so und wir haben hier noch andere schuhe wie ich hier gehe vor 800 wibach nike schuhe nicht auf meine nike so okay nike schuhe kann ich gar nicht anziehen naja ok kann mit arbeiten wir haben noch mal nike schuhe vor kaum wie macht ja damit arbeiten also wenn ich jetzt mich entscheiden müssen die nike schuhe oder die nike schuhe ich wollte die nike schuhe nehmen weil die besser ausgehen ist meiner meinung die besser auch als die nike schuhe gehen besser aus und die hauchschuhe die haben auch kombat da wenn du rumlaufen kurs mit gegen charakter mit hauchschuhe ist voll lustig irgendwie also ja kann eigentlich auch können und hier oben langweilig gut das sind auch nike schuhe aber naja nicht wo mein fall naja noch wachen schuhe was schön ist ok nike schuhe wie gab nike schuhe und alles ja ja die seiko ist wieder da haben wir noch mal was neues oder war alles du hast alles möglich schuhe oder nicht wir gucken mal weiter nur gott immer noch ist immer noch ja 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 neue musik die musik kann ich leider nicht abbilden geht leider nicht leute das gehe ich selber habe ich angehören so wir haben die porsche hier natürlich auch gönne im rocket league ist auch verfügbar hochtet hier genau so viel hochtet auch 2800 hochtet hier 2800 biebacht hier und wir bekommen den porsche auch natürlich in rocket league werden wir gegen das tier im fortnite kaufen ja endlich mal der neue porsche gönne mega geil hätte ich die überwacht hätte ich mir geholt aber naja momentan biete ich überhaupt nicht viel fortnite deshalb lohnt ich das von mich nicht gegen kohlen aber vielleicht lohnt ich das ja für euch gegen kohlen mit ihr wissen so liebe folgen wir gehen und beim nächsten mal wieder wenn es heißt fortnite belgler shop video lachen abo da lachen da oben da und kalt beim nächsten mal wieder ein danke vor schluckern euer borchgang bis zum nächsten mal liebe freunde ciao